Scaminator, das Tier-1-Deck. Wie lange ist Grief noch da? Ich hab keine Ahnung. So Leute, da sind wir beim nächsten Deck-Take und ich hab euch mitgebracht Scaminator. Scaminator ist wohl das interessanteste Deck aktuell, zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme. Und ich muss sagen, ich find's auch mega, ich hab's jetzt mal gespielt, sowohl bei einem FNM, da wo ich 4-0 gegangen bin, wie auch in der Radio-Rafnika-Liga, wo ich gerade zum Zeitpunkt der Aufnahme 4-0 stehe. Und jetzt im Finale stehe, dementsprechend keine Ahnung, ob ich's gewonnen hab oder nicht, aber es ist ein mega cooles Deck und ich wollt's euch einfach mal zeigen, weil es ist das aktuelle Tier-1-Deck. Jeder, der sich so ein bisschen mit Legacy auseinandersetzt, hat's bestimmt schon gesehen. Ich werd euch meine Version zeigen mit ein bisschen meinen Gedanken dabei und hoffe, ihr habt Spaß daran. Dementsprechend, gucken wir mal rein, wir haben 4 Polluted Delta, Fetchland, der sucht für schwarz und blau. Surprise! So, 2 Mistis für blau und grün, wir wollen halt blau haben. Dann spiel ich 4 Underground Seas. Das ist ein bisschen untypisch, normalerweise spielen die Leute Underworld Sewer, das ist das Surveillant. Ich find das Surveillant aber nicht gut. Was einfach daran liegt, dass es zu langsam ist. Wir versuchen hier ein Tempo-Deck zu spielen. Und es ist für das Grind-Match-Up vielleicht mal ganz geil, wenn man's raussuchen kann. Wenn man aber irgendwie startet mit dem Surveillant und einem Wasteland und damit kann man nicht starten. Selbst wenn da noch ein Ponder dabei ist, ist das eine miese Hand im Vergleich zu Underground Sea Ponder. Dementsprechend, ja. 4 Underground Seas. Ist kein günstiges Deck. Dann spielen wir 2 Basics, 1 Sumpf, 1 Insel und 4 Wastelands. Wie gesagt, wir spielen ein Tempo-Deck. Wir versuchen noch ein bisschen was Value rauszuziehen, indem wir den Gegner runterhalten, während wir unsere geilen, dicken Kreaturen schon haben. Denn wir scammen. Wir scammen wie die Hölle. Äh, Entschuldigung. Wizard of the Coast möchte nicht, dass wir Scam sagen. Das ist ein Evoke-Deck. Ja. Warum soll das ein Evoke-Deck sein? Weil diese Karte hier Evoke hat. Grieve ist ein 4-Mana-3-2-Menace-Elemental-Incanation. Die sagt, wenn das Spielverkehr kommt, wir verdienen eine Handkarte ab. Und wir können eine schwarze Karte abwerfen, um sie zu casten. Was extrem stark ist, denn sie wird direkt wieder geopfert. Und das ist gut. Und dazu gibt es natürlich noch alle möglichen anderen Elementals, die man so spielt. Und wir können hiermit den sogenannten Scamers führen, indem wir Grieve spielen. Den wir dann eine Handkarte abwerfen. Meistens irgendwie Force oder Dace oder so. Dann in Reanimate, Spoiler, wir spielen Reanimate, ähm, spielen, um dann Grieve wieder zu reanimaten und ihnen auch nochmal eine Handkarte wegzunehmen. Wenn er den dann gemalligen Tat hat, ist er halt in der ersten Runde irgendwie auf vier Handkarten. Zwei Länder und eine dicke Karte oder so. Das tut weh. Und das fühlt sich sehr nach Scamern. Dazu haben wir vier Trolle von Khazadoum. Sechs Mana, sechs, fünf. Warum sieht er denn so flach aus? Von der Farbe her? Spannend. Sechs Mana, sechs, fünf. Kann nur von drei oder mehr Kreaturen geblockt werden. Swamp Cycling für einen Mana abwerfen. Der Deck nach einem Sumpf durchsuchen, den er auf die Hand nehmen. Auch den kann man gut reanimaten. Dementsprechend spielen wir den viermal. Dann die beste Karte aktuell in Legacy. Orcash Bowmaster. Zwei Mana, eins, eins, Flash. Wenn der Spielfeld kommt oder wenn der Gegner eine Karte zieht, die nicht die erste seines Draw-Steps ist, dann schießen wir den Schaden auf irgendeinem Target. Und damals Orc Einsen. Heißt, wir kriegen einen 1-1-Orc. Also 0-0-Orc mit der plus 1-1-Marke, wenn wir noch keine Orc-Army haben. Wenn wir eine Orc-Army haben, kriegt die einfach plus 1-1. Super mächtige Karte. Kennt auch mittlerweile jeder. Ja, das ist so ein Package, das hat man auch im Modern gesehen, das hat man überall gesehen. Das sieht man überall. Das ist broken. Dann spiele ich einen Brazen Borrower Mainboard. 3-mana, 3-1, fliegen Flash. Kann nur fliegen, nicht rennen und blocken. Das ist nicht so wichtig. Wichtig ist, dass wir eine Nicht-Land-Perminenz auf die Hand geben können. Das ist unser einziger richtiger Removal. Mehr oder weniger richtig. Und mehr oder weniger einziger. Denn wir haben noch eine Karte drin. Wir spielen ja auch Re-Animator. Wir spielen ja Scaminator. Das ist ja eine Mischung aus Scam und Re-Animator. Wir haben Arcon of Cruelty. 8-mana, 6-6 fliegend. Wenn er ins Spielfeld kommt oder angreift, muss ein Gegner unserer Wahl eine Kreatur oder Planeswalker opfern und verliert 3 Leben und wir müssen einen Handkater abwerfen und wir ziehen eine Karte und kriegen 3 Leben. Das ist halt super, super, super stark und eine Art von Removal. Hauptsächlich geht es darum, dass wir halt hier sehr viel Board-Control aufbauen können und deswegen als One-Off ganz gut. Was wir dann noch haben, sind zwei Atraxas, Grand Unifier. Das ist eine 7-mana, 7-7-Kreatur, Phryxian Angel mit fliegend, Wachsamkeit, Death-Touch, Lifelink und wenn sie ins Spielfeld kommt, nehmen wir die obersten 10 Karten aus dem Deck und dürfen für jeden Kartentyp davon einen auf die Hand nehmen. Das heißt, Enchantment, Artefact, Creature, Planeswalker und so weiter und so fort. Dürfen wir jeweils einen auf die Hand nehmen. Das ist einfach gut. Wir dürfen noch ein Battle auf die Hand nehmen. Ich glaube, ich spiele kein Battle, aber wir dürfen noch ein Battle auf die Hand nehmen. Naja, und sie ist halt schwarz und blau und mit schwarz können wir sie halt zu Grief pitchen und mit blau können wir sie halt zu, na, wer hat's gedacht? Richtig. Force of Will pitchen, denn wir spielen vier Force of Wills. Force of Will, äh, Counterspell, wo wir einfach eine Lehm bezahlen können, eine blaue Karte pitchen können, statt fünf Mana zu bezahlen, ist ein Staple in Legacy, Counter-Target-Spell. Kennt jeder, genauso wie fast jeder Daze kennt. Daze ist das Tempo-Play. Okay, für zwei Mana können wir einen Spell-Content, ist seine Bär-Schatz halt ein Mana. Und wir können Insel zurück auf die Hand nehmen, statt die Mana-Kosten bezahlen. Insel zurück auf die Hand nehmen ist tatsächlich das, was mit dem Sua ganz gut kommt, weil man dann nochmal surveilen kann, was Sua echt gut macht. Ja, gebe ich euch. Aber ansonsten ist es halt eher so mittelmäßig. Und, ja, Daze ist halt das Tempo-Play mit Summit Wasteland immer so als Tempo-Deck. So erkennt man den Tempo-Deck in Legacy. Wie gesagt, wir sind Re-Animator, dementsprechend spielen wir auch vier Entooms. Wir müssen ja auch irgendwie die Atraxa oder den Archon irgendwie ins Spielfeld bekommen. Dafür müssen wir sie erstmal in den Friedhof bekommen. Das machen wir mit Entoom. Mit Entoom können wir irgendeine Karte aus dem Deck in den Friedhof werfen. Manchmal habe ich es schon getan, dass ich mit Entoom Entoom weggeworfen habe, weil ich halt eine richtige Karte ziehen musste und schon was im Friedhof hatte. Dementsprechend, ja, geht das manchmal auch. Dann haben wir Re-Animate. Das ist der Scam, der sogenannte. Haben wir vier Stück. Für ein schwarzes Mana nehmen wir eine Kreaturen-Karte aus dem Friedhof und legen sie ins Spiel und verlieren so viel Leben, wie die Mana-Kosten hat. Also bei Grief vier, bei Atraxa sieben, Archon acht, Troll auf Khazadun sechs. Ist halt super mächtig. Man kann hiermit einfach dann so ein Tempo-Play spielen. Der Gegner muss sich halt um alles kümmern. Und relativ zügig kann man dann trotzdem mal so einen Entoom Re-Animate aus der Hüfte schießen und so eine Atraxa spielen. Der Gegner denkt so, ich war noch nicht fertig mit Grief und Bowmaster irgendwie umzugehen. Jetzt habe ich ja Atraxa. Deswegen. Ist eine geile Kombi dafür. Als weiteren Re-Animate-Spell spielen wir vier Animate Dead. Das ist eine Verzauberung, die eine Kreatur in unserem Friedhof, in einem Friedhof, verzaubern kann. Und die Kreatur kommt dann ins Spiel. Und wenn die Encharnete-Kreatur geht, geht Animate Dead. Wenn Animate Dead geht, geht die Encharnete-Kreatur. Und die Encharnete-Kreatur, ich bin das 1, bin das 0. Aber wir haben sie im Spielfeld. Das ist halt ganz gut. Da ist auch ein Titan drauf, tatsächlich. Ist ganz cool. Ja, wir spielen Blau. Vier Brainstormen. Ziehen drei Karten, legen zwei Karten und sandt oben aufs Deck. Vier Ponder. Wir gucken uns sowas in drei Karten an. Können mischen, wenn wir wollen. Oder legen sie in beliebiger Reihenfolge zurück. Und dann ziehen wir eine Karte. Muss ich nicht viel zu sagen. Das ist so Standard. So Brainstorme, Ponder, Days, Forzaful sind so die blauen Karten, die jeder im Legacy kennen sollte. Und ja, kennt ihr sie jetzt auch. Und das ist mein Mainboard. Das ist sehr, sehr straight. Muss man einfach sagen. Es ist sehr straight an die Top-Tier-Listen angesetzt. Das Deck habe ich euch hoffentlich erklärt, was es so ein bisschen tut. Und ja, wir gucken uns mal das Sideboard an. Beim Sideboard haben wir weitere Counter-Spells. Und zwar zwei Force of Negation. Die sind als Instant dafür da, dass wir nicht Kreaturenzauber exilieren können. Und ja, auch da können wir eine blaue Handkarte abwerfen, statt die Mana-Karte zu bezahlen. Ist gut in einem Counter-War, wenn der Gegner versucht, uns irgendwie in seinem Zug zu besiegen. Und wir counteren. Er countert, wir counteren. Ja, unsere eigenen Sachen beschützt ist leider nicht so gut. Dann. Merktide Regent. Sieben Mana, drei, drei mit Delve und fliegt. Immer wenn wir mit ihm eine Karte Delven, also eine Instant-Orsorcery Delven, kriegt er eine plus 1-1-Marke. Und immer wenn eine Instant-Orsorcery den Frido verlässt, bekommt er auch nochmal eine plus 1-1-Marke, was ihn schon sehr dick machen kann. Und er ist halt nochmal ein zusätzlicher Angle, gerade für so ein Tempo-Deck. Wenn der Gegner sich irgendwie anfängt, mit Surgical Extraction oder Fairy Macabre gegen die Reanimate-Sachen zu widmen, kommt halt mal so ein 8-8-Mörktide um die Ecke. Und das ist halt schon, das ist schon gut. Das ist gut. Dann, für das Mirror, Unlicensed Hearth. 2-Mana tappen, wir exilen zwei Karten aus einem Friedhof. Und Power und Toughness von diesem Auto, von diesem Vehikel, ist gleich der Karten, die wir damit exiled haben. Und wir können es für zwei Power crewen, das heißt, ein Baumaster kann das Ding crewen, was sehr gut ist. Dann ein Powder Cake. Powder Cake, zwei Mana Artefakt, wo wir zu Beginn des Abgiebs eine Fuse-Counter drauflegen können, wenn wir wollen. Und wir können das Ding tappen, opfern und alle Kreaturen und alle Artefakte mit Mana-Kosten gleich der Fuse-Counter draufzerstören. Das Spannende ist, hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann Powder Cake benutzen gegen Kreaturen und Artefakte, was zum Beispiel Chalice zerstört, was Artefaktländer zerstört oder haufenweise Tokens von Storm. Oder man kann eben versuchen, Ratchet Bomb oder dieses andere Ding aus irgendeinem neuen Set, irgendeine legendäre Vial zu nutzen, um halt direkt alles zu zerstören, was aber keine Länder zerstört. Da wir aber Tempo-Decks sind, wollen wir halt auch Länder zerstören können. Dementsprechend Powder Cake. Dann fürs Mirror ebenfalls drei Daughty Voidwalker. Drei Mana, äh, zwei Mana, drei, zwei Shadow. Immer wenn der Gegner eine Karte von irgendwer auf den Friedhof legen würde, legt er sie stattdessen ins Exil mit einem Void-Counter drauf. Wir können das Ding tappen, opfern, um eine Karte, die der Gegner hat, mit einer Void-Counter drauf zu spielen. Und dafür müssen wir ihn halt opfern und ja, man opfert ihn ganz selten. Ist einfach ein zwei Mana, drei, zwei Beta, der den Gegner schon im Friedhof exilt. Ist ganz gut, äh, kann man als Sideboard-Option auch gegen Reanimate und andere Sachen ganz gut benutzen. Dann haben wir noch zwei zusätzliche Brazen Borrower. Auch hier versuchen wir einfach Non-Land-Permanents aus dem Weg zu räumen, die uns aufhalten. Irgendwie eine Ancient, eine Bridge oder irgendwie Blood Moon oder so. Einfach wegmachen, damit wir dann durchlaufen können. Chalice auf Eins und so weiter und so fort. Ähm, deshalb nochmal zwei im Sideboard. Dann zwei Dressdowns. Dressdown ist einfach eine gute Karte, um Möglichkeiten zu haben, um Kreaturen loszuwerden. Gerade für so Karten wie Ursassaga, die ja XXer sind, wobei X die gleiche Anzahl an Fakten ist. Und wenn wir die damit, ähm, runter machen, also Null-Nuller sind, die Plus-1-1 kriegen, so ist es richtig. Und dadurch, dass sie die Fähigkeit nicht mehr haben, dass sie Plus-1-1 kriegen, sind sie Null-Nuller und sterben. Und, äh, deswegen ist Dressdown da ziemlich gut. Und, ähm, mit Flash auch ganz gut, um ETBs zu denyen, um gegnerische, äh, versuchte Grief-Plays irgendwie zu denyen. Dann hat er ihn zwar im Spielfeld, aber ist egal. Äh, solange er nicht reanimaten kann, machen wir so viel nutzlos von ihm. Das ist schon gut. Und wir ziehen eine Karte, was einfach gut ist. Und, ja, am Ende ist es zu, es wird es geopfert. Nächster Endstep. Dann noch zwei Removal. Einmal einen Fatal-Push, mit dem wir 2-Mana- oder 4-Mana-Karten zerstören können. Je nachdem, ob eine Karte in den Friedhof gegangen ist oder nicht. Sehr wichtige Karte. Und ein Dismember, der Minus-5, Minus-5 gibt. Weil manchmal sind Merk, gegnerische Merk-Tiles ein Problem. Und Minus-5, Minus-5 handelt meistens mit den meisten Merk-Tiles. Gerade wenn Leute irgendwie blocken und dann macht man Minus-5, Minus-5 und blablabla. Ist super. Ist einfach super, glaubt mir. Und Dismember zu haben als One-Off ist aktuell eine der besten Karten, die ihr haben könnt. Ja, das ist das Scaminator. Aktuell Tier-1-Deck in, äh, Legacy. Und, äh, ich würd sagen, wir, äh, gehen mal in den Deck-Talk und dann erzähl ich euch ein bisschen mehr über das Deck. Warum ist dieses Deck so gut? Ziemlich einfach. UB-Scam oder auch Scaminator ist einfach eine wirkliche Bestie. Es greift auf so viele verschiedene Arten und Weisen den Gegner an. Auf der einen Seite habt ihr sowas wie das Scam-Package, was halt Early dem Gegner die komplette Hands vernichten kann. Ihr habt so Karten wie Troll of Khazadun, die halt mit dem Swamp-Cycling euch im Spiel halten, ohne Probleme. Die aber auch gleichzeitig später einen Threat für den Gegner darstellen. Ihr könnt End-Doom Reanimate Atraxa einfach mal so einen Fast-Win machen. Und das Ganze halt gut abgeschützt durch Counter-Spells. Und dieses Package wirkt komplett rund. Und es ist komplett rund. Es wirkt so stabil. Und aktuell hab ich auch, ehrlich gesagt, teilweise keine Ahnung, was man dagegen groß tun soll. Man kann weiße Laylines spielen. Und schwarze. Zusammen. Immer. In jedem Sideboard. Oder so. Ich hab, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Weil Grief nimmt ja vor allem den Grave-State aus der Hand, bevor er den Friedhof hittet. Und deswegen nimmt man erst den Grave-State oder den Counter damit raus. Weil den zu counter macht halt so wenig Sinn. Und dann reanimated man den Grief. Und man nimmt eine andere Karte weg. Und der Gegner hat halt so viel verloren. Und hat so viel Strategie verloren. Dass er halt vielleicht gar nicht mehr mitspielen kann. Gleichzeitig ist halt dieses End-Doom Reanimate. Reanimate war immer ein Top-Tier-Deck. Und es ist weiterhin immer als ein Tier-Deck gelistet gewesen. Es gab keine Zeit, wo es nicht mindestens Tier 2 war. Und hier nehmen wir das Beste von Reanimate mit rein. Reanimate End-Doom Atraxa. Fertig. Und das Ganze, wie gesagt, mit Blau. Mit dem ganzen Days, Force, Ponder und so weiter und so fort. Sind so, 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 so wichtige Karten. Weil es sind die meistgespielten Karten in Legacy. Und das nicht ohne Grund. Weil sie sind einfach die besten Karten, die wir haben in Legacy. Und das mit so einer stabilen Scam-Shell und einer Reanimator-Shell zu vereinen. Das war Genius. Wer auch immer das gemacht hat. Genius. Wirklich. Und dementsprechend mal schauen, wie lange Grief noch im Format ist. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr dem Ganzen gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt mich gerne abonnieren. Ihr könnt gerne das Video teilen. Ihr könnt es irgendwelchen Freunden zeigen, die bisher noch nicht so mitgemacht haben. Oder Leuten, die früher mal Reanimator gespielt haben. Und sagen, hey, das ist das neue Reanimator. Jetzt wieder mit blau-schwarz. Und das ist jetzt wieder cool. Und du kannst es wieder spielen. Komm, spiel wieder Legacy mit uns. Oder ihr geht hin und unterstützt mich monetär. Das könnt ihr bei Patreon machen. So wie diese ganzen coolen Leute. Und ab 3 Euro könnt ihr mich unterstützen. Das geht dann hoch um irgendeinen Betrag. Und man hat verschiedene Benefits. Und ja, könnt ihr mal nachschauen. Vielleicht ist es ja was für euch. Und ja, dementsprechend vielen, vielen Dank für meine Patrons. Für alle, die mich unterstützen. Wenn ihr das nicht könnt, seid bitte nicht traurig. Das ist gar kein Problem. Liken, teilen, abonnieren und so weiter. Hilft auch. Das hilft auch. Auf eine andere Art und Weise. Aber es hilft. Wichtig. Wirklich, wirklich, wirklich. Also machen. Danke. Wir sind uns beim nächsten Video. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Bis dahin. Aber Blacks the Hit. Ciao, ciao.